Ein neuer Film der berühmten Serie. Das Gesicht im Dunkeln. Eine unheimliche Geschichte stellt Englands berühmte Polizei vor eine schwere Aufgabe. Ich wusste nicht, dass eine Untersuchung stattgefunden hat. Die Polizei untersucht auch immer solche Unglücksfälle. Das ist Gesetz. Das Nachtleben von London bietet aufregende Attraktionen. Ist dieser Mann ein Mörder? Aber nein, natürlich nicht. Wie können Sie nur so etwas von ihm denken? Ein echter Edgar-Wallace-Film. Das Gesicht im Dunkeln. Ein Psychospiel mit Schock. Das Meisterwerk eines Krimis-Spezialisten mit großer Starbesetzung. Mein Name ist Christine. 18 Jahre alt. Ohne festen Wohnsitz. Ein junges Mädchen lebt gefährlich. Halten Sie es für möglich, dass John Alexander ihre Tochter ermordelt hat? Worauf warten Sie noch? Verhaften Sie den Mann. Ein bekannter Industrieller steht im Mittelpunkt des aufregenden Geschehens. Meine Mutter hat nach ihrem Tod alles mir hinterlassen. Die Gier nach Geld macht Menschen zu Mördern. Ein Film voll explosiver Hochspannung. Sind es die abwegigen Leidenschaften seiner schönen Frau, die diesen Mann ins Verderben treiben? Die berüchtigten Beach-Huppen Londons mit ihren obskuren Attraktionen sind beliebte Anziehungspunkte für Nachtschwärmer und Treffpunkte der Unterwelt. Es geht um ein Millionenvermögen. Wer ist der Mann im Dunkeln? Was willst du denn damit sagen? Ich weiß nicht, aber irgendetwas gefällt mir nicht an dieser Geschichte. Auch wenn du mich umbringst, das ist alles, was ich weiß. Ich kann dir nichts anderes sagen, ich schwöre es dir. Und ich schwöre dir, dass du reden musst. Du wirst alles erzählen. Ich verstehe nicht, Helen, wie du es mit dem aushalten kannst. Immer ist er um dich herum und versucht, dir nachzuspionieren. Ein geheimnisvoller Kriminalfall steht dicht vor der Lösung. Ja, siehst du, Herr Hahn, das war dein Werk. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Achtung, das Gesicht im Dunkeln kommt auf sie zu.